Ingo Clemens Gustav Adolf Freiherr von Wangenheim war ein deutscher Schauspieler, Regisseur und Dramaturg sowie Gründungsmitglied des Nationalkomitees Freies Deutschland. Biografie Lehrjahre bei Max Reinhardt und frühe Erfolge in Theater und Filme war der Sohn des Schauspielers Eduard von Winterstein und der jüdischen Schauspielerin Minna Mengers. Nachdem seine Mutter sich das Leben genommen hatte, als Gustav von Wangenheim nur vier Jahre alt war, heiratete sein Vater die ebenfalls jüdische Schauspielerin Hedwig Pauli. Ab 1912 besuchte er die Schauspielschule Max Reinhardts. Es folgten Bühnenengagements in Wien, Darmstadt und Berlin. Bereits 1916 gab er sein Spielfilmdebüt. Seine bekannteste Rolle ist die des Hutter in Friedrich Wilhelm Murnaus Stummfilmklassiker Nosferatu, eine Symphonie des Grauens aus dem Jahr 1922. 1917 schrieb er ein Stück über die Oktoberrevolution, der Mann Fjodor, für das er im Juli 1918 einen Preis des »Jungen Deutschland« bekam. Sein Verleger wurde Paul Kassierer. Hier bekam er Kontakt mit Kulturpolitikern aus der USPD, Leo Kästenberg und Schwarzkopfarbeitern und geriet in den Novembertagen 1918 in den Reichstag und in den »Rat geistiger Arbeiter«. Am 11. November 1918 trat er in die USPD ein. Neben seiner vielfältigen Berufsarbeit in Theater und Film, gründete er 1925 ein Arbeiter-Wandertheater, die »Babüs-Truppe«, gestützt auf den Internationalen Bund der Kriegsopfer. Seine Dramatisierung des Romans »Feuer« von Babusse und die Szenen Herthys »Lager« von Andor Gabor führte er in Berlin und vielen anderen Städten Deutschlands auf. Dies und viele andere Stücke, Sketche, Kurzszenen, Chorwerke für das Arbeitertheater führte er unter seinem Pseudonym Hans Hus auf. Seine Massenpantomime gegen den Krieg wurde 1924 bei der Generalprobe im Stadion Berlin-Lichtenberg von Severing verboten. In der ganzen Zeit wurde er dauernd zwischen seinem Berufsleben und seiner politisch-künstlerischen Tätigkeit in der Arbeiterbewegung hin- und hergerissen. Er filmte gleichzeitig bei der UFA als fest engagierter »Starr«. Er spielte in Filmrollen von Friedrich Wilhelm Murnau, Fritz Lang, Ernst Lubitsch und vielen anderen. Gründung der Truppe 1931 Zwischen 1928 und 1933 war er Gründer und Leiter der Truppe 1931, die aus der kommunistischen Zelle in der Künstlerkolonie Berlin entstand, mit Steffi Spierer, Hans Meyer-Hanno und dessen Frau Irene als Pianistin, mit Arthur Köstler und Theodor Balk als hilfreichen Genossen, die die Texte bearbeiteten. Sie spielten seine Stücke »Mausefalle«, »Hier liegt der Hund begraben« und »Wer ist der dümmste?«. Punkt. Die Truppe 1931 tourte mit großem Erfolg durch Deutschland und die Schweiz. Unter dem Namen Hans Hus fungierte er als Preisrichter für das beste Theaterstück im Verein des Bundes proletarisch-revolutionärer Schriftsteller Deutschlands und zeichnete Erich Groß für sein Theaterstück »Der Prolet kämpft« aus. Am 4. Februar 1933 war ihre letzte Premiere in Berlin. Nach der Großrazzia in der Künstlerkolonie Berlin am 15. März 1933 löste sich die Gruppe auf. Emigration in die Sowjetunion 1933 emigrierte der überzeugte Gegner des Nationalsozialismus von Wangenheim, der bereits 1922 KPD-Mitglied geworden war, über Paris in die Sowjetunion. Im Exil schrieb und drehte er unter anderem den Film »Kämpfer«, in dem es um den Reichstagsbrandprozess und Georgi Dimitrov ging. Der Film wurde kurz nach der Fertigstellung von Stalin verboten, zahllose Mitwirkende verhaftet und erschossen. Gleichzeitig leitete er gemeinsam mit Arthur Pieck die Theatergruppe »Kolonne links«, schrieb Essays und Stücke U. A. über Maxim Gorki und arbeitete für den Moskauer Rundfunk, verschiedene Verlage und war Mitglied der von Johannes R. Bechergeleiteten Gruppe des Deutschen Schriftstellerverbandes, des Sowjetschriftstellerverbandes und Gewerkschaftsmitglied. Sein Stück »Die Friedensstörer« wurde in Moskau, im Theater »Lenn-Sowjet«, im »Gorki-Theater«, in Rostow am Don und vielen Theatern der Sowjetunion aufgeführt. Nachdem Gustav von Wangenheim von den Nationalsozialisten in Abwesenheit zum Tode verurteilt wurde, nahm er 1940 schließlich die sowjetische Staatsbürgerschaft an. Bei Kriegsausbruch begann er für die Sieben politische Abteilung der Roten Armee zu arbeiten. Er entwarf Flugblätter, besprach Platten für die Front, die über Lautsprecher ausgestrahlt wurden. 1941 wurde er für zwei Jahre nach Taschkent evakuiert. Im Juni 1943 konnte er nach Moskau zurückkehren und seine Arbeit fortsetzen. Bei der Gründung des NKFD gehörte Wangenheim zu den Gründungsmitgliedern aus der Gruppe der Immigranten. Wenig später wurde er Leiter eines Ressorts beim Sender »Freies Deutschland«, des NKFD in Moskau, bevor er schließlich 1945 als einer der ersten Immigranten nach Deutschland zurückkehren konnte. Im Jahr 1936 während seiner Moskauer Jahre, denunzierte er im Rahmen der Stalinschen-Säuberungen angeblich Carola Nehr und ihren Mann Anatol Becker als Trotzkisten. Beide wurden am 25. Juli des Jahres verhaftet. Anatol Becker wurde 1937 als »Totzkist«, hingerichtet, Carola Nehr zu zehn Jahren Arbeitslager verurteilt. Nach fünf Jahren Haft starb sie im Lager Soliletz bei Ohrenburg an Typhus. Von Wangenheims Sohn wies die, auf von Reinhard Müller publizierten dokumentenbasierende Position, sein Vater habe Carola Nehr und ihren Mann als Trotzkisten denunziert, später als einseitig und umzutreffend zurück. Intendant des Deutschen Theaters und spätes Wirken in der DDR nach seiner Rückkehr war von Wangenheim ab September 1945 für wenige Monate Intendant des von ihm wieder eröffneten Deutschen Theaters Berlin. Seine ersten Inszenierungen wie »Natern der Weise«, »Hamlet« und »Gerichtstag« wurden in der Berliner Öffentlichkeit gefeiert. Von Wangenheim habe die große Tradition Max Reinhards wieder aufgenommen. Parallel kämpften die Mitglieder des Assabels und der Intendant um die Freilassung von Gustav Gründens aus dem Internierungslager in Jamlitz. Gründens wurde vorgeworfen, mit den Nationalsozialisten kooperiert zu haben. Vor allem von Wangenheim, aber auch Ernst Busch und viele andere Künstler setzten sich für die politische Rehabilitierung Gründens ein. Am 9. März 1946 kehrte Gründens nach Berlin zurück und fuhr direkt zu von Wangenheim. Er wurde wieder Schauspieler am Deutschen Theater. Beide kannten sich aus der Hamburger Zeit der 1920er Jahre. Am 29. Mai 1946 wurde zum ersten Mal ein sowjetisches Stück am Deutschen Theater gespielt, »Stürmischer Lebensabend« von Leonid Rachmanow. Es wurde zu einer Niederlage für die sowjetische Militäradministration. Gustav von Wangenheim bat danach um die Entbindung von seinen Pflichten als Intendant. Es war eine unfromme Lüge. Er selbst hat Zeit seines Lebens nie verstanden, warum er abgesetzt wurde und von seinem Lebensberuf als Schauspieler und Regisseur von einer deutschen Bühne ausgeschlossen wurde. Während von Wangenheims Auftritte in Filmen in den Nachkriegsjahren rar wurden, arbeitete er weiterhin als Regisseur und Drehbuchautor für die DEFA. Unter seiner Regie entstand der Film »Und wieder 48«, der sich mit der Märzrevolution von 1848 auseinandersetzt. Für sein künstlerisches Schaffen, besonders für sein Stück »Du bist der Richtige«, das er für die Eröffnung des neu gegründeten Theaters der Freundschaft schrieb, wurde er mit dem Nationalpreis der DDR ausgezeichnet. Gustav von Wangenheim war mit der Schauspielkollegin und Schriftstellerin Inge von Wangenheim verheiratet und ist Vater des Schauspielers und Bühnenautors Friedel von Wangenheim und der Zwillinge Elisabeth und Eleonora von Wangenheim. Er wurde auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde in Berlin beerdigt.